Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yoshi's Island, wahrscheinlich der letzten Folge. Und die letzten beiden Level, die haben es wirklich sehr in sich. Ich habe ein bisschen vorab trainiert, mir die Level schon mal angeschaut. Es wird keine Freude. Aber wir ziehen das jetzt durch. Wollen wir mal reingehen und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet bei Berastet. Berastet. So, na dann. So, so, so. Genau. Baby, komm mal wieder her. Und Sprung, Sprung, Sprung. Die machen wir weg. Jetzt kommen ein paar Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Nein. Den wollte ich jetzt nicht so erwischen, aber na gut. Na, Platz machen hier. Das dürfen wir schaffen. Oh, pfff. Pfff, 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 pfff. Okay, supi. So, den ersten Teil haben wir geschafft. So. Und hier habe ich es dann aufgegeben. Sieht ja erstmal harmlos aus. Klar. Aber. Sehr harmlos, wa? So, der Sternkreis. Okay. Ich wollte sagen, ich mache erstmal den leichten Abschnitt. Hier gibt es jetzt zwei Türen. Machen wir erstmal die obere. Guck mal, hier gibt es wieder ein paar Sternhirn. Das ist bestimmt eine rote. Natürlich ist das eine rote gewesen. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, ich bin wieder hier oben. Oh, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. So. Vorsicht. Man kann ja auch nicht einfach so so durchhuschen. Weißt du, deswegen gehe ich mir den Sternkreis auf. Ich bin da hoffen, dass mir das eventuell später mal weiter... Alter! Oh. Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. So, okay. Die obere Tür haben wir. Jetzt muss ich hier weiter. Hier ist auch wieder eine obere Tür. Okay. Huch. Münzen. Nur Münzen. Ach, na, das sieht doch schon fröhlich aus. Musik gefällt mir. Alles super. So, was müssen wir jetzt machen? Huch. Da oben ist eine Blume. Oh, ne. Da oben ist eine Blume. Was? Äh. Verdammt. Uh. Ah, die kommt wieder. Okay. Äh. Ja, gut. Wie soll ich jetzt da rankommen? Musik. 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 Oh, nein. Ah, geschafft. Geil. Geil. Irgendwie haben wir es doch geschafft, da hochzukommen. So, dann machen wir die hier weg. So, was haben wir jetzt hier oben? Ah, Münzen. Oh, okay. Geil dich mal rum. Ich glaube, ich brauche eine Blase, um da hochzukommen. Komm. Hat nicht gereicht. Oh, der wäre doof. Der war oben. Ey. Ach. Es hat nicht gereicht Na komm Komm, dreh dich mal um Gibt's hier nicht noch einen? Wo ist denn die zweite? Hier ist die zweite Alter, nee Ah, jetzt Jawohl, super cool So Was gibt's hier noch zu tun, wenn ich schon einmal hier bin? Okay, oh Kann Kann, kann, kann das sein Dass, äh Der eventuell Nur eventuell Der den Stein Wir probieren's einfach mal Nee, 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 andersrum, andersrum, andersrum Ah, andersrum, ah, andersrum Hör auf dich zu rollen Da lang, bitte Vor, 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 vorsichtig Wir müssen irgendwie Auf die untere Plattform kommen Ja So ist richtig Ah, deswegen Gut Gut, dass wir das gemacht haben Schlüssel Schlüssel Wozu brauche ich jetzt einen Schlüssel Oh, gut Nehmen wir hier rein Oh, ich bin unten Gott sei Dank Ich würde Ich weiß nicht Kommt da noch mehr? Ich weiß nicht Wir haben jetzt zweimal Hier drüben Oh, Junge Oh, jetzt zieht's immer die Füße so hoch Wenn's so spannend wird Hopp So, hier haben wir oben erledigt Kommen wir weiter Hier haben wir oben erledigt Oh, okay Hier brauche ich Schlüssel Warte Warte, warte Ich hab, ich hab Ich glaube Schlüssel brauchen wir um Tartig zu machen Aber hier ist nochmal so ein Raum Komme ich jetzt rein? Hä? Bin ich ja Hä? Äh, okay Ist das so ein Ja, doch Das ist so eine schlappe Masse Wofür? Ah, okay Warte, schnell Schnell, 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 schnell Los, Töschi Schnell I'm a genius Glaub ich Weiß ich jetzt nicht Aber glaub ich einfach Was haben die vor? Äh, na toll Ey, hör doch mal auf jetzt Okay Ach, Mensch Ich wollte gucken, ob da oben noch was ist Dann machen wir es halt alleine Okay Gut, aber eine rote Münze Haben wir hier gekriegt Äh, ist auch strange Äh, richtig strange Aber haben wir jetzt alles? Ich möchte ja einfach nur nicht nochmal herkommen müssen Äh, ich glaube ja Den Bereich haben wir ja schon erledigt Äh, jetzt bin ich ja wieder hier Äh, gut Aber Äh Wir müssen ja auch mal rechts lang gehen, wa? Äh Ist zwar nicht schön der Weg, aber hey Äh, okay Genau das gleiche wie in dem an Oh, 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 Moment Jo, okay Lagert sich durch Ach, hat er doch getroffen Äh, toll Da war ein Ei zu viel weg Oh nee Jetzt muss ich ja wieder runterspringen Ich hasse es. Ich hasse es. Nein, Baby! Nein, Baby! So, okay. Den ersten haben wir. Oder da oben. Die erste Tür und so. Wenn das jetzt aber die gleiche ist. Wie drüben auf der anderen Seite. Dann müsste das ja eigentlich hier so ein Dschungel-Level sein. Hm, nur eine Theorie. Und das ist das Dschungel-Level. Und genau das haben wir ja schon gemacht. So, da wären wir bei der Tür. Wollen wir mal hineingehen. Mal schauen, was uns da drin jetzt erwartet. Ja, toll. Der war erkannt. Klar. Diesmal war das aber nicht so elegant. So, in die Schlüsseltür rein. Die anderen Tür haben wir alle hinter uns gelassen. Das war ein Glückstreffer. Aber definitiv. Nicht mehr und nicht weniger. Nur nur ein Glückstreffer. Och. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was bist denn Tufel-Ener? Was macht der? Der spuckt Kerne. Ah, ist sehr gut. I'm, I'm schlau. Glaube ich. Bin ihm jetzt nicht ganz so sicher. Aber das war auf jeden Fall schon mal gut. So, was machen wir jetzt mit dem Stein? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall aufholken. Ist der nicht so viel krank gebaut? Uh, zurück. Kann ich den Stein benutzen? Warte mal, warte mal. Hier ist alles so strange. Da muss man über alles nachdenken. Ja, das geht. Lass ich mir die Tür mal offen. Ja, und du? Ach, da war die Tür. Gut. Nehmen wir das mit. Ah, und jetzt könnte ich... Was ist das? Aha. Aha. Die sind... Ach, die sind aber ausgefuchst in dem Level. Das ist wirklich mega gemein, finde ich. Oh, Moment. So, was müssen wir machen? Ah ja, okay. Und da, wo die Pfeile sind, das haben wir beim Skifahren gelernt. Immer da abspringen, wo die Pfeile sind. Okay, hier gibt es noch ein paar... ...rote Münzen. Äh. Hallo? Komm, 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 komm. Papi braucht nur die Schuhe. Ach so. Okay, ich bin die ganze Zeit nicht gerannt. Verstehe. Oh, das sieht gut aus. Oh Gott. Oh, cool. Steinchen. Oh, geschafft. So, haben wir alles. Nee, warte mal, warte, 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 warte. Oh. Ich nehme den hier nochmal mit. Ach, hier ist er auch, ja. Okay. Okay. Ah, danke schön. So. Ah, okay. Oh, cool. Okay. Oh, oh, oh. Oh, das habe ich gerade so gesehen. Ja, 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 ja. Wir haben sie, wir haben sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh, hä? Bin ich denn jetzt hier hochgekommen? Oh, ist egal, wir haben sie. Hä? Hä? Das erste Level? Hoch. Okay, cool. Welch erfreuliche Nachricht wir haben alles. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Oh, es ist schön. Eine halbe Stunde OWS-Aufnahme. Ich versuche das jetzt da runter zu rendern. So, gut. Nur noch ein Level. Dann haben wir das Spiel durch. Also, bis gleich. Okay, dann widmen wir uns mal dem letzten Level von Yoshi's Island. Spezial Total. Okay. Hä? Au, 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 au. Der war fies. Ho, 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 ho. Na, noch ein paar? Verdammt, mein Baby. Jo, und was willst du? Ey. Ach, bin ich doof. Nein. Komm doch nie wieder raus. Hm. 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 Tja, bis jetzt ganz gut, würde ich sagen. Mist. Aha. Das war einfach ein roter. Okay. Okay. Hm. Ich hab keine Eier mehr. Oh, jetzt hab ich den K.o. gehauen. Nein. 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 Ich trottel. Jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Was ist das denn? Nämlich zwei. So. Oh, hier muss ich vorsichtig machen. Oh, 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 ich muss hier runter. Andere Seite bestimmt auch, war. Ja, na klar. Okay. Oh, Steinkreis. Super. Das ist jetzt eigentlich sehr einfach. Huh. Nein. Ja, total einfach. Na klar. Ach, verdammt. So, jetzt aber. Och, das war ja knapp. Gibt's noch mehr? Ne, ich glaube nicht. So, hier warten wir kurz. Okay. Ach, guck mal. Da steht tatsächlich Yoshi. Ne. Ne, wir nehmen ein paar Eier mit. Kommt ihr euch noch so eine Spargel-Nase. Kommt, hoch, 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 hoch. Bleib, wo du bist. Oh, da, Münzen. Oh, brauchen wir unbedingt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Okay. Okay, wir haben gelernt. Schön. Gedockt bleiben. Dann kann hier nichts passieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen die denn hier? Reicht so. Reicht so. Echt? Ich springe vorbei? Äh, okay. Warum? Oh, wir haben alle. Oh. Och, komm her. Aber, Münzen. Fünfe. Okay. Und das klingt schon wieder wie Bonus. Warte mal. Warte, 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 warte. Sicher, sicher. Ja. Das war's. Oh, war das schön kurz. Das war ja schön kurz. Wir haben es geschafft. Yoshis Island ist durch. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So zeigt es mir mit einem Däumchen. Und ein Abo wäre echt nice. Perfekt. World 6 ist damit erledigt. Bravissimo. Ist das nicht umwerfend? Und sie sind der 280. Yoshi, der diese Abenteuerinsel überlebte. Oh, das ist ja cool. Guck, wie sie sich alle freuen. Geschafft. Geschafft. Juhu. Ende. Ich freue mich. Oh, ist das cool. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben Yoshi's Island zu 100% gespielt. Durchgeschafft. Uh, ist das cool. Skywider wird nicht wegmachen. Ist egal. Gut, meine Freunde. Dann recht vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich hatte euch dieses Projekt gefallen. Wenn ihr so sein solltet, linker dann Däumchen da lassen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch gerne ein Abo in die Kommentare. Falls ihr Ideen, Anregungen habt für irgendwelche Spieleideen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Tschüss. 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 Hm. Tschüss. vậy